Herzlich Willkommen zum Sternenstaub Adventskalender aus Dilbrecht. Herzlich Willkommen zur 16. Etappe. Wir sind unterwegs mit den Weisen aus dem Morgenland, unterwegs zur Krippe. Auf unserem Weg, da lag uns etwas schwer in den Taschen. Auf dem langen Weg war es das Gold, das schwer zu schaffen war. Aber wir werden einen König treffen. Nicht irgendeinen, sondern den König aller Königreiche. Da ist das richtige Geschenk wichtig. Und Gold ist da nunmehr mehr als passend. Wir hoffen, dass unser Gold einen Beitrag leistet für den Staatsschatz des neuen Königs, damit unser König seine Ideen und Pläne umsetzen kann und es nicht am Geld scheitert. Unser Gold soll ihn dabei unterstützen. Deswegen tragen wir es den weiten Weg in unseren Taschen. Es kommt nicht oft vor, dass Menschen auftauchen und einfach so Geld oder Gold dalassen. Ganz von sich aus, ohne Spendenaufruf, ohne Förderantrag oder Kollektenzweck. Aber das ist gerade unser Ziel. Die Fülle ausgießen über diesen neugeborenen Kind. Sowas wie eine Kindergrundsicherung. Naja, im Spaß. Aber doch eine Investition in die Zukunft. Wir machen das, weil uns der Stern diese Geburt angekündigt hat. Weil wir vom Heiligen Geist überzeugt worden sind, dass hier etwas Großes, etwas Außergewöhnliches passiert. Und wir sind getragen von der Hoffnung, dass sich unser Glaube, unsere Überzeugung, unsere Hoffnung bewahrheiten wird. Dass wir unsere Mittel, unser Gold richtig einsetzen. Und weil wir hiermit in die Zukunft investieren wollen, ist es das richtige Geschenk für das, was dieser König zukünftig noch tun wird. Nichts Vergängliches, was morgen schon weg ist, sondern etwas, das Früchte bringen wird. Das hoffen wir. Wir wissen ganz genau, wie man so sagt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das haben wir schon herausgefunden, als wir im Palast nach dem Kind gesucht haben und dort alles nach Gold geglänzt hat. Manchmal trügt eben der Schein. Und es ist gut, dass wir unsere Taschen mit dem Goldgeschenk da an der Stelle noch nicht geöffnet hatten. Denn unser Gold hilft dabei, Ideen und Visionen umzusetzen und sollte also nicht in falsche Hände geraten. Dass dieses kleine Kind in der Krippe unser Gold nicht brauchen wird, das wissen wir noch nicht. Es wird seine Kraft nicht durch Gold verstärken. Keine Finanzierungen für Ideen und Visionen brauchen. Vielmehr wird es die Herzen gewinnen. Menschen in seine Zukunftshoffnung hineinziehen, begeistern statt bezahlen. So wird unser Geschenk einerseits das Richtige sein, aber dann doch das Falsche. Unsere Gedanken, die wir hatten, als wir die glänzenden Stücke aus der Truhe holten und verstauten, waren schon richtig. Und doch werden wir an der Krippe im Stall nicht nur Gold geben, sondern wir werden da unsere Herzen schenken. Gott wird uns offenbar mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit in diesem Kind, welches unsere Liebe möchte. Es möchte einen Platz in unserem Herzen und nicht einen Platz, sondern unser ganzes Herz, unser ganzes Wesen. Unsere Träume und Visionen fürs Mitbauen, fürs Mithelfen an seiner großen Idee für uns und für unsere Nächsten. In unserem Herzen soll diese Vision einen Platz finden. Unser Gold lassen wir dann trotzdem gerne da. Denn in unserem Geschenk liegt auch der Wunsch, dass Visionen und Träume real werden. Auch heute noch. Eine gesegnete Adventszeit wünsche ich.